Plastik ist das bisher einzige Material, das leicht, bruchfest, elastisch, temperaturbeständig und in unterschiedlichen Herstellungsgraden verfügbar ist. Fleisch, Konsum, Kapitalisten, das sind alles wir. Wir müssen auch als Musiker irgendwie eine Art von Reaktion, Antwort, künstlerische Art finden, die aber nicht im Elfenbeinturm stattfindet. Wo sind die Leute? Wo sind die Menschen? Ich habe nie gedacht, dass in meinem Land, im 21. Jahrhundert, Krieg kann passieren. Diese Frage, was kann ich tun persönlich, beschäftigt mich schon seit Jahren. Ich errege eine Selbstauslöschung. Quasi eine Autovaporisierung und damit einer weniger, ein Fußabdruck weniger. Brennverschwender, Flaschenbeckwerfer, Sondermüll, Meinungsfreiheit, Schlampe, Keine Beleidigung. The content itself is so heavy in parts and also humorous in other parts. Jesus will say, was? Was hat denn der denn nachts noch auf der Straße zu suchen? Fragen ist doch nicht verboten, oder? Das wird man ja wohl noch fragen dürfen. Florians Klimablog. Lieber Florian, ich liebe deine Artikel über den Klimawandel und deine Recherchen zu dem Thema, auch weil sie so interessant und schön geschrieben sind. Allerdings war ich etwas schockiert, als ich gleich im ersten Satz drei Fehler gefunden habe. Und diese Fehler ziehen sich durch den gesamten Artikel. Besitzworte der Leid. Juhu. Oh, yeah. Schlachten. Malen. Püpen töten. Spiegelall. Püpen töten. Wir wollen auch benennen, wenn es mal weh tut. Und wir wollen aber auch einen irrwitzig, humorvollen Blick auf die Dinge wagen. Aber gleichzeitig keine Angst vor einer Ehrlichkeit und auch einer Radikalität. Das wird umzusetzen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!